Auf die Lehresuche bin ich gegangen und wollte mich als Autolackierer werden. Ich war nicht sicher, als Autolackierer oder Spengler. Ich habe dann mit Spengler angefangen und habe mir wirklich super gefallen. Ich habe ein bisschen mehr hineingelebt. Mittlerweile kann ich auch auf die Stifte schauen und alles. Und von daher finde ich, dass die Galosseriespengler super geprüft. Das Schöne in unserem Beruf ist vor allem, das abwechslungsweise Arbeiten. Jede Bühne ist ein bisschen anders. Am Schluss, wenn das Auto wirklich fertig dasteht, was du dort gelöstet hast, was du wirklich saubere Arbeit gemacht hast. Unser Team ist offen, jung und dynamisch, kurz zusammengefasst. Es ist echt cool, in einer Männerdomäne zu arbeiten. Und ich sage, als Frau hast du blöd gesagt, zum Teil auch deine Ruhe, wenn ich mal nicht sprechen will. Und ja, das kann schon ein bisschen für dich sein. Aber auf der anderen Seite, wenn du Hilfe brauchst und und gleich irgendwie jemanden musst haben, dann sind sie dann gleich da. Also es ist sicher ein bisschen Interesse am Beruf, Interesse an Fahrzeug. Freude auf Farbe und Formen wäre sicher cool. Und auch Freude am kreativen Arbeiten, ja. Wieso, dass ich die Firma gewählt habe, ist sicher vom Arbeitsweg her. Es ist super, ich habe nur 20 Minuten. Und ja, es ist echt gleich irgendwie ein Zufall gewesen. Ich habe gesucht und sie habe es gefunden. Und was das Coole daran ist, ist sicher die Freiheit, die du hast. Und dass das Team halt gleich, wenn es Stress gibt, eine für alle, alle für einen. Und ja, das ist super. Tschöne und Formen.